Auf der richtigen Spur homogen wachsen und den Mandanten mit den neuesten, innovativsten Lösungen als starker Partner zur Seite stehen. Die Steuerkanzlei Irmscher & Freiboth wurde 1997 in Dresden gegründet. Mittlerweile existieren in Dresden zwei Standorte der Firma, in denen mehr als 20 qualifizierte, hochmotivierte Mitarbeiter tätig sind. Das Unternehmen hat sich auf die Dienstleistungsbranche spezialisiert, ist aber auch für alle anderen Geschäftszweige kompetente Ansprechpartner, unter anderem für Jahresabschluss, Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung und private Steuererklärungen. Ein weiterer Service ist die individuelle Erfolgsberatung, bei der die Steuerkanzlei ihren Mandanten bei Fragen bezüglich Existenzgründung, Planung, Controlling und Nachfolge zur Seite steht. Irmscher & Freiboth steht für Kreativität und Flexibilität, ist immer optimal erreichbar und ermöglicht auch die kurzfristige Vergabe von Terminen. Eigens dafür wurde auf der Internetseite ein Soforthilfe-Button eingerichtet. Neben dem klassischen Leistungsspektrum pflegt das Unternehmen auch persönliche Bindungen zu den Mandanten und lädt regelmäßig zu diversen Veranstaltungen ein. Darüber hinaus erhalten Künstler die Möglichkeit, ihre Werke in der Kanzlei auszustellen. Steuerkanzlei Irmscher & Freiboth. Steuerberatung ist auch Kunst.